Der letzte Kampf, er kann beginnen. Aus Regensburg in Bayern, Tsunami. Aus Bruckberg in Bayern, not perfect. Roboteers, stand by. Das Tsunami-Team in angespannter Konzentration. Und die Kattler-Piraten mit Brian an der Remote. Der Metal wird ordentlich mitmischen in dieser Partie. Und ihn zur Seite gestellt, Mr. Psycho, der gigantische Colors. Ein rasanter Beginn, not perfect, überrollt Tsunami, wie deutsche Tore ist Mallorca. Ich weiß nicht, ob es jeder gesehen hat. Die Zeitlupe zeigt es, Achtung hier. Not perfects Rotorklingen haben eine Antenne von Tsunami gekappt. Was für eine Aktion. Neuangriff, Tsunami in Fahrt. Liftet not perfect in die Höhe. Und beschädigt ihn dabei. Ja, sowas bringt Punkte. Allerdings muss Tsunami aufpassen. Sonst schneidet not perfect ihn bei einer solchen Aktion auch auf die andere Antenne ab. Und er würde bewegungsunfähig werden. Noch aber sind not perfects Rotorklingen auf der für Tsunami ungefährlichen Seite. Jetzt führt Tsunami hier abermals ein erstklassiges Manöver vor Erich Ehrensberger hochkonzentriert. Tsunami nimmt wieder Maß, steuert jedoch an Gegner vorbei. Gefährlich, ganz gefährlich, denn die Klingen von not perfect haben jetzt wieder Zugriff. Und ich weiß nicht, warum Tsunami freiwillig in deren Rotationsradius hinein steuert. Ebenso gut könnte man eine Glasflasche aus einem Flugzeug werfen und hoffen, dass sie beim Aufprall unbeschädigt bleibt. Beide Robots schenken sich nichts. Sie testen aus, wer der Kraftvollere ist, aber es bleibt bis jetzt ein Remis. Alle Angriffe von Tsunami ohne Ergebnis. Wenn die Faust ins Wasser schlägt, dann tut es dem Wasser nicht. Tsunami ändert seine Taktik. Er aktiviert den Pit. Not perfect aber tatsächlich in die Grube zu befördern, wird keine leichte Aufgabe sein. Überhaupt scheint Tsunami jetzt Probleme zu haben. Gut zu erkennen, die Kampfspuren an seinem Chassis. Die Ruto-Klingen von not perfect haben ganze Arbeit geleistet. Es scheint wirklich die Luft raus zu sein. Die Monsterwelle ist schwächer geworden. Und sorgt hier sogar für eine artistische Einlage, in dem er noch perfect auf die Schnauze stellt. Ein herrliches Bild, aber keine wirklich gelungene, südrelevante Aktion. Und neuerliche Angriffe von Tsunami sieht so aus, als sei er wieder zu Kräften gekommen. Und ja, das ist herrlich. Er drängt not perfect in die Ecke von Dead Metal, der sofort zurückschlägt. Und der Kampf geht weiter. Aber wieso aktiviert not perfect hier noch einmal den Pit? Nahtlos bedrängen sie sich. Sie rackern wie die Berserker. Zwei gleichstarke Gegner. Und es ist, als würde ein scharf gemachter Pitbull mit einem mies gelauften Wolfshund kämpfen, oder? Verfeindete Nachbarn. Hammer oder Ambers. Wer hält länger durch? Wir können uns gemütlich zurücklehnen und wetten abschließen, wer die größere Ausdauer hat. Tsunami ist in der Lage, mühelos 200 Kilo zu flippen. Nur hat das bei einem Gegner wie not perfect keinen Erfolg. Und not perfect, er müsste versuchen, Tsunamis zweite Antenne zu kappen. Aber wie? Beide bedenklich nah an der Flammengruppe. Und oh, zu den Narben und Kampfspuren kommen jetzt auch noch Verbrennungen. Man zieht in Roberts die Anstrengungen dieser Wars an. So sehen Helden aus nach einer großen, langen Schlacht. Sieß. Und da erklang das Sieß, das Kommando, den Kampf zu beenden. Etwas Ratlosigkeit bei Gabi Cutler und auch beim Tsunami-Team. Die Jury diskutiert. Ich gebe ab an Jürgen. Oh, das war aber sehr spannend. Es ging hin und her bis zur letzten Sekunde. Ich habe leichte Vorteile für Tsunami gesehen. Aber die Jury muss jetzt entscheiden und das Urteil fällen. Kein Zweifel. Tsunami ging hier kräftig zur Sache und hat not perfect nach allen Regeln der Kunst aufs Kreuz gelegt. Aber not perfect war ein ebenbürtiger Gegner, auch wenn er früh Beschädigungen nehmen musste. Jedenfalls eine schöne Aktion von Tsunami. Und je länger der Kampf währte, desto druckvoller setzte sich not perfect zur Wehr. Jürgen, wie hat die Jury entschieden? Oh, das war sehr, sehr spannend. Und die Jury hat zu ihm entschieden. Das Team Tsunami hat gewonnen. Oh, das war ganz knapp. Habt ihr damit gerechnet eigentlich? Sie waren eigentlich immer an euch dran. Sie sind rausgekommen aus der Box und haben direkt richtig losgelegt. Ja, weil wir wollten richtig losgehen. Das war unsere einzige Chance. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kampf. Aber sag mir ganz kurz noch die Strategie. Du hast ja eine überlegt, die wolltest du mir aber vor dem Kampf nicht verraten. Was war die Strategie? Die hat zumindest nicht funktioniert. Meine Strategie hat funktioniert, aber nicht halb. Ich hab mein ganzer oberer Umdrehen und der Waffung zum Wirken einfach die Antenne zu abschneiden. Eins hab ich schafft, die hat zwei. Die hat gelungen. Die hab ich auch probiert. Sehr traurig, dass Papa verloren hat und Mama. Nee? Nee, haben wir gekauft. Okay. Okay, vielen Dank nochmal. Wunderbar. Und hier sind die Gewinner nochmal. Einen kräftigen Applaus für Tsunami. Ja, ihr seid raus wie die Feuerwehr. Ja, wir haben am Anfang ein bisschen ziemlich was am Start gelegt, um unsere neuen Spikes zu testen. Aber ihr habt jetzt auf jeden Fall einen besseren Grip irgendwie gehabt. Der Grip war fast zu viel. Also wir werden überlegen, ob wir da nicht Spikes wieder raus machen. Frisst vielleicht ein bisschen viel Energie. Vorne die Schubklappe ging auch schön hoch und runter. Aber ihr wolltet einmal, einmal wolltet ihr ihn richtig einfach oben drauflegen und dann in die Grube runterschieben. Ja, wollten wir machen, aber hat leider nicht funktioniert. Hat leider nicht funktioniert. Aber sonst sehr zufrieden gewesen. Ja gut, das war ein sehr großer Roboter. Er hat die Maximummaße und da ist es schwierig, den umzudrehen. Einmal haben wir es ja geschafft, erfolgreich. Aber er hat sich wacker geschlagen. Er hat sich sehr wacker geschlagen, ja. Ja, wunderbar. Ich würde auch nochmal sagen, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz großer Applaus für unsere zwei Robotiers, unsere Teams. Das ist auf jeden Fall für euch. Tsunami sehen wir auf jeden Fall das nächste Mal im ganz großen Finale. Ich freue mich, ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Und eins nicht vergessen, the robot is your friend. Vielen Dank, bis bald. Nächstes Mal im Finale der Deutschen Meisterschaft. Song of Armageddon will wir hier bei seiner Lieblingsbeschäftigung sehen. Robot versenken. Und auch Junkyard Queen hatte kaum eine Chance. Black Hole. Aggressiv und angriffslustig wütete er unter den Gegnern wie Hausfrauen im Kaufhaus beim Sommerschlussverkauf. Ja, da sah auch Hydrotec einfach nur alt aus. Tyke liebte sich schon beim Betreten der Arena mit den Hausrobots an. Sein Erfolgsrezept, Keilform und hohe Traktionskraft. Tsunami. Seine Waffe brachte die Gegner zum Ausklippen. Ob gegen absolut krankhaft wie hier. Oder gegen Not Perfect. Er setzte sich durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017